jo leute und jetzt kommt zu einem neuen video von mycraft und zwar heute mal wieder mit dem lieben dr jo auf jeden fall jetzt mal eine positive bewertung da und vergesse ich diesen kanal kostenlos und kostenfrei zu abonnieren den lausgleichen geht auch bei doktor jehoff er ist ein ehrenmann er ist ehrenstück holz deswegen und ja was spielen wir denn heute wir gehen jetzt mal zusammen zu und ihr könnt und wenn ihr mehr von diesem modus sehen möchte was ich noch mal zurück wegen 32 und doch man alle meine nase ist nicht verstopft du weißt was ich damit meine kommt schon kommt schon kommt schon du gibst mir manchmal so ne kombus das ist echt richtig ekel what bist du denn einfach ein vogel vogeljagd nice ist mein best friends forever und schaut doch mal gern und schaut doch mal gerne auf meinem discord da müssen wir da sogar drauf das heißt wenn wir eine aufnahme machen seht ihr es und könnte euch vielleicht denken dass wir das vielleicht in den nächsten paar tagen ein neues video online kommen das lohnt sich doch johu oder auf jeden fall und ihr könnt sogar auch sogar habt ihr dürft für bestimmte stream ebenfalls werbung machen ich habe es nicht ich bekomme es nicht zu leiden nein hallo was ich bin ein kleines ich bin ein kleines vogel hm ok ich habe mir gerade gute kombus gegeben normalerweise gibst du mir die kreffen kombus ja flieg flieg du komischer vogel flieg 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 ja neinein ich habe keine blocke mehr ich habe mit blocken geschlagen was bin ich dafür überhaupt ja und hatte ich auch bei twitch.tv so unterrichtig vorbei und auch bei doktor und bald im kirchgang von johu es leidet was ich freue mich wenn wir wieder live sind zusammen das wäre super wof wof alter ich will dich nicht auf den wundern scheiße ich glaube das mache ich auch mal warte meine nase alter ja warte mal warte mal lol guck mal hier ja der bock hat sich grad immer wieder die aufbau angehabt wirklich musst du noch mal in die aufnahme gucken hat er bei mir jetzt nicht ich kann noch mal in die aufnahme nein oh verdammt warte warte hrr warte ich bin mal aufgesteckt ja ja diese komische kurve meine ich dass du gemacht hast warte warte Ich dachte nur, da bekommst du dann einen Punkt. Wenn es Bing macht, bekomm ich einen Punkt. Wenn es Bing macht, bekomm ich einen Punkt. Nein! Ich habe mich noch getroffen. Mist, ich wollte gerade nach oben zu stafeln. Verdammt, den Kumpel zu bekommst. Nein! Ja! Nein! Okay, GG! Let's go! Noch eine Runde? Das war's. Oder? Komm! Ich habe noch Zeit für noch eine Runde. Über dieser scheiß Nase. Und wenn ihr mehr von dieser Nase haben möchtet, dann habt ihr jetzt mal eine positive Bewertung da. Die Nase ist jetzt einfach der Typ. Sie hat sich übernommen. Ich sage sie dazu. Äh... NasenLP. Ja! Guckst du, anstatt German let's play? German let's play. Ja. Ne. German Nase... Ach, scheiße. Wir haben uns gerade echt lange gehoben. Das ist mies. Ich habe erstmal beide Sounds. Ja, wenn beide sterben. Ja. 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 Wir haben Dudelsen. Daんと, das hatte nicht so auskicktes Schil. Niiiiii. Nee, wir waren halt schon uns vorbereitet. und schreibt mal rein wollt ihr dass ich mit johu wirklich was und zwar wirklich hatte zum massen ja probiert und server aufzusetzen mit verschiedenen spiel modis wenn ja müsst ihr johu abonniert haben und mich abonniert haben und ihr müsst öffentlich sein wird erst dann können wir konnten ob ihr auch wirklich und abonniert ich bin ja gut an die johannes katar bitte einmal dieses meme von julian bärme diesen johannes einblenden johannes oder heißt ein kater ist video kater kater wortspiele mit johu und johu niklas und flangen lernen mit youtube spanien also mal stopp wollen wir jetzt einfach hier noch mitten dieser ruhe und das pumpen machen ja warte kurz haben der leute ich möchte jetzt im video macht du stellst dich hier hin und guckst nach da ich stelle mich hierhin auch noch da und nicht in die hand nehmen doch pvp und screenshot jetzt muss ich noch mal in der folge schon aufmachen und es geht's er fliegt nicht ich glaube es hat man gemerkt weiter 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 ich stand echt in dir drin das kater bitte einfach mal bestimmte clips perfekt karten das ist einfach nur witzig wird ich habe keine hose haben doch nicht mit mir meine hose zurück gelernt mit niklas und lernen mit niklas im kindergarten super cool kack die kopf du kleine karotten alter jo ich hätte mich gerade auf diesem block so extrem selten können dank dir Dieser Moment, wenn ein Block... Nein, ich konnte ihn nicht verewigen! Du, ich bin nicht! Ich hab hier sofort Blöcke! Warte! Stopp! Ich mach Blöcke! Nein, ich will den Sieg! Danke! Der letzte Sieg? Oder der letzte Toast? Nein! Das ist so krass, weil wir jetzt noch aufwunden sind. Ja! GG! Also, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und nicht nur zu verpassen und Tyler Creeper Army zu sein. Und ich seh dich im nächsten Video wieder. Oder bis zum nächsten Nicestream. Bis dahin, sei exklusiv und hau rein! Bis bald! Bis bald! Oh Mann, das bleibt sie! Bis bald! Vielen Dank.